Ah, da. Safe aufkloppen. Ja ja, machen wir die Wache hier raus wieder. Okay, so Waffenladen habe ich, fahre ich mal weiter. Äh, vom Gefängnis aus, wo ist denn da der Bunker? Der Bunker ist direkt am Anfang. Ich weiß nicht mehr, wo der Anfang ist, weil ich bin jetzt schon im Kreis rumgefahren. Ja, der ist hinter dir. Da mir? Okay. Ach stimmt, ich muss ja nur deinem Pfeil folgen. Haha. Wenn du es dir einfach machen willst, ja. Ah, so. Okay, dann geht es hier lang. Zoom. So, hier steht ein Minibike. So wird ein Minibike abgestellt. Aber der Bunker ist schon gelootet, quasi. Ja, ich lerne mich jetzt mal dein Minibike aus. Ein bisschen was rauswerfen. Zombie hinter mir? Ich bin's bloß, aber ein Zombie ist da noch irgendwo. Der krabbelt irgendwo durch den Garten. So, ach, obwohl die brauchen wir nicht, haben genug Nehme. Das ist nicht noch da. Machen wir das so und dann... Wir brauchen mal ein bisschen... Hä? Wir brauchen die ein bisschen zusammen, dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Wow, hast du viele Vitamine gefunden. Ja, aber alles da... Da drin. Aber auch ein fertiges Jahr. Oh Mann. Leider nicht viel, was ich decken könnte. Na toll. Das wohl war, die Stadt hat gar nicht so viel, oder? Ne. Viel hat die Stadt ja auch nicht, aber... Es ist eine Stadt. Ja, das stimmt. Geh mal ein Gefängnis, oder? Ja. Ich denke mal, das Gefängnis und das Theater werden auch das lukrativste sein. Ja. Äh, brauchst du noch was zu essen? Äh, im Moment nicht. Weil ich hab noch grad was in meinen Koffer rumgeschmissen. Lass es da drin, wenn ich dann brauche, hole ich es mir raus. Natürlich leise ich das da drin. Wir grüßen hier Eingang hier. Was ist denn jetzt hier? Ich bin hier zum Eingang im Gefängnis. Na, dann fahr ich mal zum Knast. Ah! Da biegen! Da Leiche? Oh Gott, was soll ich denn damit? Ich bin hier. Hier hast du geparkt. Hm? Hier hast du geparkt. Ja. Ich rückle gerade auf den Kursor ein. Und wenn du mal wieder mal kommst. Hhh. Das müssen wir schon. Autsch! Ähm, wenn du in den Kursor reinkommst. Da musst du mal gucken, ob du das schon kannst. Ja und ja, kann ich beides. Nimm's mit oder so. So, mitnehmen könnte ich. Mitnehmen oder nochmal lesen, eins von beiden. Boah, jetzt bin ich ja hoch, was will ich denn jetzt hier oben spüch? Ah, muss ich wieder runter. Ja, aber mindestens kann ich mich mal umgucken, was es hier noch so gibt. Gibt's wirklich nicht mehr viel in der Stadt. Ey, gibt's hier nicht so viel passiert, ey. Ist ja auch mehr ein Dorf als eine Stadt. Bau wieder die Strahle ab, oder? Ja klar. Können wir davon noch gebrauchen? Aussehen, wie sind wir denn denn sonst? Oh, geht's hier durch, ne? Zack. Hallo. Oh, hier lang. Autsch! Los. Ja, war ein bisschen so hoch. Jetzt kann ich wieder ein Splint suchen. In meinem Mop-Head müsste bestimmt einer drinnen liegen. Aber ich hatte ja doch vorhin die Dings. Wer ist er? Oh, was ist denn hier los? Da hängt einer an einem Baum. Oh, okay. Habt ihr schon mal einen Zombie im Baum gesehen? Nö. Ja, sieht ja mal geil aus. Oh, da muss ich ihn da irgendwie runterschießen. Sprich, lassen einfach hängen. Zur Erinnerung, komm. Lass ihn hängen. Wollte ich gerade sagen, lass ihn doch einfach hängen. Wenn er hängt, hängt doch. Oh. Er hängt und dreht sich im Kreis. Lustig. Guck mal, da ist er zum Miemen. Ah, er ist auch. Das sieht ja aus, ey. Ist gut, ne? Ja. So, dann machen wir hier. Für irgendwo Stoff. Hätte er... Oh, ne. Jetzt muss ich mich echt jetzt die Gitter prügeln, um mal in zwei Stoff zu kommen, ey. Nee, geh doch raus zu meinem Moppet. Hast du einen Moppet noch Stoff? Nee, aber... Warte, warte, warte. Ich hab hier Stoff. Warte, warte, warte. Hier. Liegt. Dankeschön. Ähm... Ich will da hoch. Das ist in Form. Ich will hier nicht. Nee, in einem Form war ich auch schon gelungen. Okay. Von denn hier raus? Wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist gut. Wir prügeln uns je zu einer anderen Seite raus. Hier kommen wir gar nicht mehr raus. Aber wir sind ja auch in einem Gefängnis, ey. Da soll man nicht wieder raus. Ach so. Ja, ey. Das ist bald schon, ja. Draußen. Und gewonnen. Ich geh dann mal ins Krematorium. Oder in die Kirche. Ach so. Okay. Äh, ich geh hier drüben hin. Ich glaub, das ist... Was auch immer das ist. Bar oder so. Mach mal auf die Tür. Lassen wir's da mal rein. So, ich bin jetzt auf dem Bier in der Bar. Ach so. Verda. Ich hol's mich später ab. Willst du euch schon? Oh, ja. Schafschützengewehrschematik. Sehr schön. Ich glaub, die hatte ich auch schon, meine ich bin mir nicht. Aber ich hatte noch nicht. So, hier. Die Kirche hat sich gelohnt. Ach, da kommt ein Zombie rein. Hey, Tantchen. Dein Bier für dich. Oh. Oh. Vorsicht. Hier wird scharf geschossen. So, dein Bier. Oh, das ist mein Saloon. Boom. Weg mit dir. So. Ach gut. Kommst denn du her? Ups. Okay. Au, das stimmt. Schon wieder. Da war ich mal mehr. Verdammt. Äh. So, wir wollten ja noch ein bisschen was mitnehmen, ne? Wär nicht schlecht, wenn wir noch irgendwas mitnehmen. Nein, ich mein, äh, Nitrat, wollten wir doch was hier oben mitnehmen, ja. Das auch. Aber die Sachen müsst ihr auch zum Teil erstmal finden. Oh, jetzt komm hier. Och, jetzt wackelt er weg. Hier warst du schon drin, scheiße. Oh, das gibt's doch nicht. Eingepastet mit dem Crossbow zu schießen. Oh, oh. Oh, oh. Ziemlich nah. Zu nah, Kindle. Oh, komm, stört. Ist ja mir schon wieder einer. Ah. Gaut der Fall jetzt, ja. So. Mach dich weg. 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 Hahaha. Klingt echt, als wärst du zwei Meter neben mir. Ja, so ungefähr. Mach dich weg. Ganz entspannt hinlegen, mein Freund. Oh, ich hab ne Errungenschaft. Was? Ich kann bei Seven Days wieder einmal ne Errungenschaft erhalten. Wow. Oh. Möglich. Ja, komm, wir machen mal so. Hast du ja endlich deinen 500 Zombies erlegt. Keine Ahnung. Hab nicht mitgezählt. Irgendwie hält sich der Abstand ziemlich vehement. Okay, der ist auch platt. Sehr gut. So, das wollte ich eigentlich ein bisschen rumrum gucken. Oh, Dombor-Check. Wie bist denn du jetzt eigentlich? Ich am Shotgun-Baden oder an der Kirche. Kannst du jetzt halten wie ein Dachdecker. Ah, ist an der Kirche. Wie gehen unsere Mopeds? Äh, beim Gefängniseingang. Da war ja was. Juhu, hier drüben. Da ist es. Los geht's. Das ist meins. Ja, sieht aus wie meins. Fühlt sich ernst wie meins. Warte mal, warte mal, Nanu. Warte mal. Ja. Das lassen wir die Tasche leer machen. Äh. Kann ich ein bisschen was rein? Faire Gläser. Ah, kanns mal reingucken. Äh. Okay, passt in mich. Warte, wofür brauchst denn du Cowboy-Schuhe? Ich brauch's gerade nicht, aber... Vielleicht brauchst du irgendein anderer. Äh. Mal mit hier. Dann haben wir auch noch mit auf Platz. Mal viel rein. Okay. Warte, warte Sekunde. Döschen können wir ja mal eben fix essen. Du hungerst. Gönn's dir. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich weiß nicht, wenn wir das Döschen rein und da das Döschen auch noch. Wunderbar. So. Ähm. Mehr hatte die Stadt nicht, oder? Nö. Äh. Ich glaub' nicht. So. Fahr mal zurück, oder? Warum? Wir können doch zur nächsten Stadt fahren. Welche? Weil ich auch immer die Karte noch frei hat. Also da... Am Kartenrand sind wir noch nicht angekommen. Also wir fahren mal am besten der einen Straße. Warte mal. Wann wir da lang? Ja, genau. Wir müssen da vor. So. Ich weiß, wo ich lang will. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen an die Fahrt denken, ne? Ah, guck mal. Halt'n wir mal hier. Bisschen mithacken. Äh, du bist ja gleich fertig. Ich guck auf die Gegend, dass dir keiner entgegenkommt. Kannst ja schon mal eine andere Quelle suchen. Ich glaub' ja noch mehr geben hier. Wir brauchen nämlich eine Menge. Wir haben nichts mehr da zu Hause. Das ist für wahr, aber geben tut's dir auch noch was. Äh. Eigentlich irgendwo mehr, außer nur im Schneebio. Ja, wenn du Glück hast, findest du überall was. Ah, hier ist meine Rettungskiste. Die letzten, in der letzten Folge, oder wann das war, gebaut hat. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ach, jetzt erst, oder? Ja. Du, es dauert, muss ja nicht, was länger. Hab' noch unterwegs alles mitgenommen, was soweit ging. Oh, oh, nachladen. Richtig, die Idee. Puh. Puh. Oh. Oh, sweet home. Voll Munition, Verschwendung. Hey, mein Moped fährt einfach ohne mich weiter. Nett. Nein. Nein, nein, nein. Wir sind zack im Wasser. Nein, 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 es steht hier noch, aber ich komm nicht rein. Kann damit nicht interagieren gerade. Das ist schlecht. Das ist schlecht, aber wir sind sowieso doch am folgenden Ende, oder? Ja, wir sind eigentlich schon fast doppelt so lang. Ne, sehe ich jetzt gerade. Ja, schön. Ja, dann haben wir dann zwei im Zweifel. Ich krieg die Getränkekiste wieder auf. Tada. Super, ich komm wieder völlig auf meinen Moped. Wenn du sie versperrt hast, kriegst du sie natürlich auch wieder auf. Ich hab sie nicht versperrt. Die wollte einfach nicht mehr aufgehen. Wer sie aufgekriegt hat. So, dann würde ich sagen, ihr Lieben, dann machen wir Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn ihr mögt, dann seid ihr wieder dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.